Okay, also Daniel 2, das Standbild Daniels. Darf ich mal fragen, wer kennt das Standbild von Daniel? Wer hat das schon mal gelesen im Daniel? Die meisten, ja? Für mich war das auch eine ganz interessante Bibelarbeit mit dem Standbild Daniels. Also das ist so, dass der Nebukadnezar, der war auf der Spitze seiner Macht und hat sich gefragt, wie geht das denn alles weiter nach mir? Wer kommt denn wohl nach mir und wird nach mir können? Toller Gedanke eigentlich, den er da hat, ja? Und er fragt sich halt auf seinem Bett, wie wird die Weltgeschichte weitergehen? Und dann zeigt Gott ihm ein Standbild, hier dieses Standbild mit einem goldenen Haupt, einer silbernen Brust mit zwei Armen, einem bronzenen Bauch, also der Bauch und die Seiten waren aus Bronze und dann, so wird immer übersetzt, zwei Beine aus Eisen und zum Schluss Füße und zehn Zehen, die sind aus Eisen mit Ton gemischt. Also er sieht dieses Standbild und fragt sich, was bedeutet das, ja? Also er ist total erschrocken auch und dann holt er seine Weisen zu sich und sagt, könnt ihr mir den Traum deuten, den ich gehabt habe? Und damit ich weiß, dass ihr keine Scharlatane seid, müsst ihr mir auch den Traum sagen, denn ich hatte und die Deutung. Ich will beides wissen. Also war ich schon schlau, ja? Und die Weissager, die sagen alle, das kann niemand dir den Traum sagen und die Deutung. Also wenn du uns den Traum sagst, dann können wir dir die Deutung sagen, aber mehr geht nicht. Es geht dann ein bisschen hin und her und der Nebukadnezar wird halt böse und sagt, also wenn ihr mir den Traum nicht sagt, dann zerstöre ich eure Häuser, eure Familien und ich töte euch alle, ja? Ich sage, böse drüber. Und dann hört der Daniel davon und der Daniel sagt zu dem Oberaufseher da, dem er da zugeteilt ist, er sagt dem Nebukadnezar, er soll die Weisen in Babel nicht töten, sondern ich will ihm den Traum sagen, ja? Ich werde Gott fragen danach und dann der Daniel ist 16, plus minus. Manche sagen 14, manche sagen 18, also ein ganz, ganz junger Mann eigentlich, der ist so jung, dass der Nebukadnezar, könnt ihr nachlesen, wenn der den sieht, dann sagt der Nebukadnezar, bist du es, der mir den Traum deutet? Du Kerlchen, du bist ein Kerlchen, ja? Wie kannst du hier über Weltreich hier philosophieren, du bist gerade mal ein Teenager, ja? Du hast ja keinen Führerschein, ja? Ich versuche es ein bisschen locker zu erzählen, ja? So, und der Daniel steht da und da sind die Juden zu Recht stolz drauf, ja, da ist einer von ihnen, der dem Nebukadnezar den Traum deutet. Auf jeden Fall geht dann Daniel auch zurück und berichtet dann auch davon oder betet zusammen, der berichtet seinen Freunden dann davon und die beten alle vier und in der Nacht sieht der Daniel auch dieses Standbild. Der sieht dasselbe Standbild wie der Nebukadnezar. Und er bekommt die Deutung auch dazu von Gott, ja? Und dann geht er zum Nebukadnezar und sagt, also ich kann dir die Deutung sagen, aber nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen, sondern es gibt einen Gott im Himmel und der gibt Weisheit und der lässt das Standbild deuten, ja? Also der verweist von sich weg und sagt, ich bin das gar nicht, es gibt einen Gott im Himmel und diesem Gott im Himmel, dem unterwirft sich dann auch Nebukadnezar. Der hat später nochmal eine Phase, wo er dann doch sagt, hier, ich bin der Größte auf der Welt, ja? Da wird er dann nach sieben Jahren nochmal gedemütigt, aber der Nebukadnezar, zum Schluss bekennt er schon, dass unser Gott, unser Vater im Himmel, der Gott aller Welt ist. Und das macht ihn meiner Meinung nach wirklich zu einem goldenen Haupt, ja? Es ist so, dass in der bisherigen Deutung wird das immer so ausgelegt. Daniel sagt es auch zu Nebukadnezar, du, Nebukadnezar, du bist das goldene Haupt und nach dir kommt ein Weltreich, das wird geringer sein als deins, aus Silbern mit zwei Armen und da sagt man allgemein, das ist Medopersien, ein Doppelreich. Erst kam Medien, die Meder und nach den Medern kamen die Perser. Und dieses Medo-Persische Reich folgte auf Babylon und hat, das ist eigentlich lustig, dass die Abläufe der Weltgeschichte Gott so gezeigt hat, wie einen menschlichen Körper. Ich finde, das ist ein gewisser Humor da irgendwo drin, ja? Bis zu den Zehen, also Head to Toes, Kopf bis zu den Zehen, wie ein menschlicher Körper. Also Babylon, dann das Doppelreich, Medien und Persien, Kyros zum Beispiel, kam hier raus. Dann kommt Alexander der Große, der bronzene Bauch und die Seiten und dann sagt man, das ist Griechenland und jetzt wird es spannend, weil dann sagt man, dann hat das Standbild zwei eiserne Beine und diese beiden eisernen Beine symbolisieren Ostrom und Westrom und am Ende der Zeit kommen noch zehn Zehen in dem Standbild vor und das ist Europa. So ist die gängige Auslegung, ja? Meine Kritik daran ist die, in dem Traum von Nebukadnezar kommt dann ein Stein und dieser Stein wird vom Gebirge herabgerissen, ohne Hände und schlägt dieses Standbild an seine Füße, also nicht an die Beine in Anführungsstrichen und auch nicht an die Zehen, sondern an die Füße und das ganze Standbild zertrümmert und der Stein wird zu einem großen Felsen, der die ganze Erde füllt und da geht man davon aus und das glaube ich auch, dass dieser Stein im Bild ist auf Christus, Christus wird vom Reich Gottes, kommt er herab, in der letzten Zeit schlägt dieses Endzeit-Babylonische Weltreichsgefüge an die Füße und wird selber zu einem und das Ganze, die ganzen Weltreiche werden zertrümmert und vom Wind verweht und übrig bleibt nur das Reich Christi, was so groß wird, dass dieser Fels die ganze Welt füllt, tausend Jahre lang. Meine Kritik dabei ist jetzt die, wenn das Standbild einer Abfolge von Weltreichen zeigt bis zum Ende und Jesus als Stein kommt und das Standbild an seine Füße schlägt, dann müssten ja zu der Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt, die Füße regieren. Aber die Füße finden in dieser Art der Deutung mit Rom und Europa keine Auslegung, da hat man keine Erklärung für. Man sagt einfach, das waren halt, da steht halt seine Schenkel aus Eisen in Daniel, steht wörtlich, seine Schenkel aus Eisen und dann sagt man, ja das sind halt zwei Beine, das ist Ost- und Westrom, das ist schon historisch, das war schon damals, dann ist das Römische Reich aufgelöst worden und untergegangen und in der Endzeit kommen wieder 10-10 und das ist Europa. Und das ging in den 80er Jahren ganz gut, da gab es noch die EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, dann waren das 10 Staaten, da waren es plötzlich 12, da hatten wir schon 12-10, heute hat es Standbild 27-10 und ein Standbild 27-10 sieht komisch aus, finde ich, ja, also das muss man, diese Prophetie muss man immer wieder anpassen, der Politik, weil die Politik läuft dann weiter und dann kann man aber neue Bücher schreiben, die Leute kaufen das auch, alles gut, ja. Aber ich finde, das ist unbefriedigend für mich, ja. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, müssten ja die beiden Füße herrschen, weil er als Stein das Standbild an seine Füße schlägt und dann das ganze Standbild pulverisiert. Was wir hier haben, ist vier Metalle, Gold, Silber, Bronze, Eisen und Tonsteine Erden, sage ich mal, ja. Also wir haben ein Felsen, wir haben Ton, weil diese Füße und die Zehen sind ja Eisen mit Ton gemischt, wir haben ein Felsen, wir haben Ton und wir haben ein Gebirge, ja. Um das verweckzunehmen, der Fels wäre Christus, Christus kommt von einem Berg, von einem Reich, von Gottes Reich herab, dann hätten wir also praktisch, Christus ist der Fels, das Reich Gottes wird durch ein Gebirge oder ein Berg symbolisiert und der Ton ist Israel. Okay, also dann wäre Christus, wäre der Fels Gottes, so wird er auch beschrieben und dann wäre aber ja dann der Ton gemischt mit Eisen hier und das ist eine Sache, die man mal in Ruhe überlegen muss nochmal, wäre dann Israel irgendwie vermischt mit Rom oder wie soll man das deuten? Geschichtlich war das so, dass Babylon, Medopersen, Alexander der Große und Rom ungefähr so diese Zeitspannen hatten, ja. Und es fällt auf, dass Babylon bis 539 ging, wurde dann abgelöst von Medopersen, Medopersen ging bis 333 bei Isos Keilerei, ja, dann kam Alexander der Große, der dauerte bis 323 vor Christus, dann ist er gestorben und dann kommt Rom, aber Moment, da fehlen ja 160 Jahre. Was war denn da in der Zwischenzeit? Also es gibt keinen Überblick, hier zwischen Alexander dem Großen und dem Römischen Reich muss noch was gewesen sein. Also auf Alexander dem Großen folgte nicht das Römische Reich, auf Alexander dem Großen folgten seine Diadochenkönige. Ja? Alexander der Große hat nur zehn Jahre geherrscht, ein riesiges Weltreich zusammen erobert, aber nach seinem Tod haben vier seiner Generäle sein Weltreich auf sich aufgeteilt, Cassander, Lysimachus, Seleukus und Ptolemäus und die vier haben dann so lange gegeneinander gekämpft, dass in der Zwischenzeit Rom in Italien die Möglichkeit hatte, groß und stark zu werden und dann das Römische Reich hier entstanden ist und dann irgendwann in den Nahen Osten gegangen ist und dort alles aufgeräumt hat und das Römische Reich hier praktisch bis hier rüber an den Zweistromland Ägypten, Nordafrika und alles das hier erobert hat und nachher hochging bis nach bis nach Schottland hoch, alles wird Römisches Reich. In der Auslegung sagt man Babylon, Medo-Persien, Alexander der Große, Ostrum, Westrum und dann 1010 Europa. Damit behauptet man, dass auf Alexander den Großen, den Bronzenden Bauch, unmittelbar das Römische Reich gefolgt wäre, aber das ist historisch sogar schon falsch. Auf Alexander den Großen haben seine vier Generäle gefolgt. Aha, dann wäre Alexander der Bauch und dann steht ja seine Schenkel aus Eisen und dann habe ich gefragt, ja gut, wie viele Schenkel hat denn so ein Standbild oder so ein Mensch, ja? Naja, vier, zwei Oberschenkel, zwei Unterschenkel. Ja gut, das würde ja dann bedeuten, Alexander der Große, auf den Alexander den Großen sind Schenkel gefolgt, ja vier Schenkel, nämlich seine vier Generäle und das finde ich spannend. Dann fällt aber die Rom-Theorie aus und wir sehen gleich, dass dann Rom in dem Standbild überhaupt nicht erwähnt worden ist, ja? Das heißt, auch hier würde die Auslebung in eine ganz andere Richtung gehen. Der Punkt ist auch der, das Goldene Haupt ist ja Babylon. Das sagt Daniel auch wörtlich. Daniel sagt zu Nebukadnezar, du Nebukadnezar bist ein König überall wo Menschen wohnen und wo Tiere wohnen und überall hat Gott dich eingesetzt als König. Du bist der König über die ganze Welt, du bist das Goldene Haupt. Das sagt wörtlich, du Nebukadnezar bist goldenes Haupt. Dieses Haupt steht im Zweistromland, vorderen Orient. Persien, Medo-Persien steht im vorderen Orient, Zweistromland, Euphratikis. Alexander der Große war Grieche, kämpft aber bis an den Indus, bis nach Ägypten runter, seine Hauptstadt war Babylon, der Schwerpunkt seines Reichs, vorderer Orient, Euphratikis. Also Kopf, Brust, Bauch, alles vorderer Orient. Jetzt nehmen wir die Beine und schieben die zweieinhalb tausend Kilometer nach Westen, nach Italien. Was passiert mit dem Standbild? Es fällt um. Und ich frotzele immer ein bisschen, ich sage, ich bin kein Theologe, ich bin ein Architekt, aber dass so ein Standbild nicht stehen kann, kann ich also mit statischer Gewissheit behaupten. Und das wird man mir ja doch hoffentlich wohl glauben, ja? Das ist kein Standbild. Also habe ich einem Theologen davon geschrieben, einen Freund von mir, der unterrichtet alttestamentische Theologie, und den habe ich angerufen, habe gesagt, sei doch so gut, schau da mal drauf, ich habe da kein embryonales Verhältnis zu meiner Sichtweise, wenn das falsch ist, korrigiere ich mich. Dann sagt er, ja gut, also die Beine sind ja Ost und West Rom. Dann sage ich, aber das passt doch nicht zusammen. Dann sagt er, gut, sind ja Beine, vielleicht sind die nach Rom gelaufen. Ja, sage ich, gut, ist aber ein Standbild, kein Laufbild. So sind wir auseinandergegangen. Dann habe ich gesagt, ist das das Niveau, wo wir drüber sprechen? Ich meine, der ist doch Bibelschullehrer. Ist das ein bisschen naiv? Also ich finde eigentlich schon, ja? Deswegen frotzele ich immer ein bisschen. Ihr seht mir das bitte nach, ja? Es ist schon spät jetzt am Abend. Ich muss mal ein bisschen auflocken, so viele Zahlen, ja? Ich habe gesagt, es macht doch gar keinen Sinn. Wenn meine Zehen, meine Füße, meine Beine zweieinhalbtausend Kilometer weg sind, dann fällt ja auch der ganze Torso, fällt ja einfach zu Boden. Das ist doch kein Standbild. Und die Variante dazu wäre einfach zu sagen, okay, wir nehmen mal die Beine und schieben die Beine dahin, wo der Torso ist. Wir schieben die Beine also von Italien, hier, ja? Schieben wir die in den vorderen Orient und gucken, gibt es denn im vorderen Orient vielleicht Schenkel aus Eisen? Und erstaunlicherweise findet man die vier. Kassander, Lusimachus, Leukes, Polymerus, sehen wir nachher noch, ja? Das heißt, wir finden die im vorderen Orient und wir könnten also die Beine von Italien in den vorderen Orient schieben, da, wo schon der Torso ist und unser Standbild würde stehen. Das ist was Großartiges. Dann sagen die Ausleger zu mir, ja gut, das ist ja ein bisschen naiv. Ja, das ist genau, das ist für euch. Dass ihr das auch verstehen könnt. Also im Prinzip macht man in der Auslegung auch in späteren Kapiteln dann 7, 8, 9, 11 macht man das, dass man dem Standbild die Beine unterm Leib wegzieht und dann fällt alles um, die ganze Theologie fällt in sich zusammen. Und dem so ein bisschen nachzuforschen, das war so die Überlegung. Hier sieht man mal den Mittelmeerraum 200 vor Christus. Das ist also kurz bevor Rom im vorderen Orient überhaupt ins Spiel kommt, da gab es Rom nur hier. Und hier sind die Diadochenkönige, die teilen sich hier die Welt auf sich auf. Selokidenreich ist gelb, Mazedonien, Antigoniden ist hier blau, Ptolemäer ist hier unten Ägypten, also das sind die Nachfolge generell von Alexander dem Großen. Und die haben existiert nach Alexander und noch kein römisches Reich. Ja, ich will damit nur sagen, die Theologie sagt, also Alexander der Große und dann kam direkt Rom. Ich sage, nö, Alexander der Große und dann kam die Diadochen. Und dann kommt erst Rom. Also das ist auch historisch nachvollziehbar. Hier sieht man das auch nochmal, die Diadochenreiche vor Beginn der Kämpfe mit Rom um 200 vor Christus, Zweiter Makedonischer Krieg, das ist ganz so wichtig, Selokiden, Selokus, Ptolemäus, Ägypten und hier Kassander und Lysimachos, diese Violetten und hier die grünen Beigen. Das ist immer weiter zerfallen, das Weltreich. Und der letzte Selokidenkönig, den die Bibel beschreibt, ist Antiochus Epiphanes. Und der Antiochus Epiphanes, der ist am Tag von Eleusus im Jahr 168 vor Christus besiegt worden. Der war nämlich auf dem Feldzug von Syrien aus nach Süden und wollte Ägypten erobern. Warum? In Ägypten war der Ptolemäer König und er war ja der Selokus und die beiden waren die beiden stärksten und die beiden wichtigsten. Kassander und Lysimachos, Türkei, Griechenland, waren nicht so wichtig. Das heißt, der Antiochus Epiphanes zieht nach Süden und will der Ptolemäerreiche erobern, Ägypten. Hätte er das geschafft, damals, Jahrhundert 68 vor Christus, dann wäre er Beherrscher der Welt geworden, weil Nachfolger von Alexander dem Großen. Dann hätte es kein römisches Reich gegeben. Davon schreibt Daniel 11. Das ist Weltgeschichte. Das heißt also, der Antiochus Epiphanes zieht nach Süden und will Ägypten erobern und auf dem Weg nach Ägypten kommt sein Jugendfreund, hier ein römischer Senator und Feldherr und späterer Senator, der Scipio Asiaticus und der sagt zu ihm, du musst wieder nach Hause umkehren, du darfst Ägypten nicht erobern, weil das römische Reich war mittlerweile so stark geworden, dass die die Macht hatten, den Antiochus Epiphanes aufzuhalten. Als Tag von Eleusus wird in der althistorischen Forschung der frühe Julitag im Jahr 168 vor Christus bezeichnet, an dem der Gesandte der römischen Republik, den Seleukidenkönig Antiochus IV., ultimativ und letztendlich erfolgreich zum Abzug aus dem Ptolemäischen Ägypten aufforderten. Das Ereignis markiert damit die endgültige Etablierung der römischen Hegemonie über den östlichen Mittelmeerraum. Jetzt kommt Rom. Aber Rom kommt nach Antiochus Epiphanes erst. Das heißt, der Antiochus Epiphanes, der trifft hier diesen Asiaticus und der sagt zu dem Antiochus, du musst sofort nach Hause kehren. Und der Antiochus sagt, so kurz vor dem Ziel, sagt er, eigentlich habe ich ja keine Lust, ich bin ja gerade dabei, Ägypten zu erobern, es ist auch nicht mehr so weit nach Kairo. Und ich war ja schon mal da ein paar Jahre vorher und es sieht gut aus für mich. Dann sagt er, ich denke darüber nach. Und dann nimmt er einen Stock in die Hand, hier hat er den Stock und zeichnet um den Antiochus Epiphanes einen Kreis in den Sand und sagt, bevor du diesen Kreis verlässt, muss ich deine Antwort wissen. Jeder, der Latein lernt in der Schule, Gymnasium, kennt diese Geschichte, weil es irgendwo im Lateinunterricht immer auch erzählt wird. Antiochus und dieser Senator. Antiochus hat dann aufgegeben und ist wieder zurückgezogen und aus lauter Wut ist er nach Jerusalem hat dort den Tempel geplündert und entweiht. Ein Schwein geschlachtet, Hunderttausende von Juden gemeuchelt. Weil er natürlich jetzt gehofft hatte, er hatte Kredite aufgenommen, damit er den Krieg da in Ägypten gewinnt und jetzt darf er nicht kämpfen, weil jetzt ist Rom da. Die Römer hatten kurz zuvor eine Schlacht gewonnen. Hätte das noch zwei Wochen länger gedauert, hätte in der Zeit der Antiochus Ägypten erobert, dann gäbe es kein römisches Reich. Das war auf Messers Schneide. Das war ganz, ganz knapp. Und als die Römer diese Schlacht dann in Griechenland gewonnen haben, dann haben sie ihm sofort musst du nach Ägypten runter und du musst den Antiochus aufhalten. Wir sind jetzt die Chefs im Ring. Und wenn du nicht zurückziehst, dann greifen wir dich als nächstes an. Es gibt kein Antiochus Epiphanes Weltreich, das hört auf, und dann geht es über auf die Römer. Aber bis dahin waren die Diadochen-Könige. Alexander der Große zehn Jahre bis 323, dann geht es über auf die Diadochen, zwischenzeitliche 122 bis 168, Tag von Eloisis, Antiochus Epiphanes wird besiegt, Rom. So war es geschichtlich. Aber die evangelikalen Pastoren, die sagen alle, nö, auf Alexander der Großen kam Rom. Das ist historisch falsch. Das bestätigt mir auch der, wie heißt der noch? Der sagt, das stimmt, was du sagst. Frag doch mal die Universitäten. Die Unis geben dir dann Recht. Dann sage ich, ja, das mache ich gern, aber ich will von den Unis kein Recht haben, weil das sind liberale Universitäten, das nützt mir nichts. Warum soll ich die fragen? Man kann es ja auch so sehen, das passt nicht. Das wird da reingedrängt, weil man halt das Römische Reich faszinierend groß empfindet und das in die Bibel rein interpretiert. Und ich sage, das darf man nicht, man muss das umgekehrt machen. Ihr dürft nicht das, was ihr seht, in die Bibel reintragen, sondern ihr müsst die Bibel Bibel sein lassen. Und dann sieht man, dass hier steht, seine Schock, seine Schenkel auseisen, nicht seine Beine. Vier Schenkel, zwei große, Seleukus und Ptolemäus, zwei kleine, Kasander und Lysimax. Kleiner Ausflug, was haben wir denn heute im Nahen Osten? Wir haben ja wieder Syrien, wir haben wieder Ägypten und Nachkriegskonstrukt. Also wir hätten ja kleine Wiederholungen der Schenkel, klein, nicht so groß wie der damalige Syrien, der damalige Seleukitenreich, ein Fuß, noch ein Fuß, Ägypten, das wäre ja da. Wir hätten fast sogar Lysimachus und Kasander, Griechenland, Türkei, die vier, die machen die ganze Zeit Stress da unten und mittendrin Israel und von Norden Iran, der nach Süden drückt. Das haben wir doch in Jesaja gehabt. Die Assyrer wollten doch nach Süden und dann gab es den Syrer Ephraimitischen Bund. Und deswegen sage ich, die Konstruktionen, die wir hier sehen, die haben wir jetzt wieder, womit ich nichts behaupten will, aber das macht es halt für mich plötzlich sehr konkret. Man muss es abwarten. Also hier in der Zwischenzeit, da waren die Diadochenkönige. Vier Stück, vier Diadochen, vier Schenkel. Hollala, dann steht ja unser Standbild. Also das Standbild der Theologen, das steht nicht. Das darf ich sagen. Das fällt in sich zusammen. Aber unser Standbild würde plötzlich stehen können. Was uns noch fehlt, sind Füße und natürlich Zehen. Zehen will man ja auch gerne bei sich haben, wenn man unterwegs ist. Das heißt also, die Schenkel hätten wir schon mal rüber geschoben und das waren die vier Diadochen, habe ich eben kurz aufgezählt und die sind dort verteilt. Seleukus, Syrien, Ptolemäus, Ägypten und hier oben noch zwei kleine Lysimachus und Kassander. Das sind die Schenkel. Auf Alexander den Großen, seine Schenkel aus Eisen. Ja gut, aber also wenn die Diadochen eiserne Schenkel sind und Eisen nachher mit Ton vermischt ist, dann würde das ja heißen, dass Diadochen Könige mit Israel im Bund sind. Ja, Syro-Ephraimitischer Bund. Syrien, Eisen, Ephraim, Ton. Das ist eine alte Geschichte, die ich erzähle, ihr wisst die jetzt, Jesaja 7. Das heißt, der Syro-Ephraimitische Bund ist Syrien, Eisen, ein Schenkel, vermischt mit Ton, mit Israel. Und das zeigt das Standbild für die Endzeit? Naja klar, warum? Weil Israel wieder mit Syrien im Bund ist. Eisen mit Ton vermischt, sie vermischen sich nach Menschen geblüht, steht im Daniel. Das sind Menschen, die sich da vermengen, ja? Und das sind keine Flüchtlinge in Europa, ja? Könnte man ja auch, könnte man eine tolle Auslegung machen, ja? Kann man ein Buch schreiben, kaufen die Leute sofort. Flüchtlingskrise, Eisen mit Ton vermischt, das römische Reich wird schwach. Das wäre was für, das darf ich jetzt nicht sagen, ja? Aber das sind so klassisch die Dinge und dann wird das in die Bibel reingetragen und das widerstrebt mir ein bisschen, ja? Oder ein bisschen viel, deswegen versuche ich das immer irgendwie so zu grounden. Ja, ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ich will damit nur sagen, in Jesaja 7 gab es zum ersten Mal einen Bund zwischen Syrien und Ephraim, ja? Und das erwarte ich wieder in der letzten Zeit. Und wenn wir sehen, dass der Syrer hier der Seleukos ist und dass der Seleukos im Bund mit Israel sein wird, dann ist das etwas, was sehr alt ist schon mal. Ist vielleicht gedanklich ein bisschen, wir kommen da auch gleich nochmal drauf, ja? Also wir haben praktisch diese vier Diadochen, diese vier Schenkel und diese beiden, das sind die wichtigen, Seleukos und Ptolemaeus, Syrien und Ägypten. Das ist der Text, den erspare ich euch jetzt zu später Stunde, ja? Den müsst ihr vielleicht selber lesen. Hier unten kommt die Deutung vom Daniel. Du, König, hattest einen Traum und siehe, ein großes, hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold Nebuchadnezzar, Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber, Medo, Persien. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, Alexander der Große. Seine Schenkel, Schock, vier Schenkel waren von Eisen. Seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Christi, Reich, bricht an. Das ist der Traum. Da hat der Nebuchadnezzar geguckt. So ein Teenager. Oh ja, sagt er, das war der Traum. Da setzt er sich. Und dann sagt er, du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich Machtstärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Feld und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Das ist eine Deutung. Daniel macht das nicht bis zum Schluss. Daniel macht das nur mit dem Haupt. Zum Schluss verließen sie ihn. Also da müssen wir jetzt weiter gucken, wie gehen wir denn da weiter vor. Daniel hat das nicht bis ganz zum Ende ausgedeutet. Du bist das goldene Haupt. Da sagt er, Nebuchadnezzar ist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, Medopersien, er nennt das nicht mehr, geringer als deines. Danach das dritte Königreich, Alexander der Große, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, Seleukidenreich, die ja doch ein Könige, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch zermalmen und zerbrechen. Da sagen viele, das ist Rom. Asterix und Obelix, die laufen ja alle mit Metallern und Rüstungen da rum, ja Eisen ist Rom. Das ist die gängige Auslegung. Aber wir haben schon gesehen, wenn wir die Beine in Rom stehen haben, da wird kein Schuh draus. Und in den Folgeauslegungen seht ihr auch, dass das römische Reich im Buch Daniel überhaupt nirgends erwähnt ist. Das ist fatal, weil damit fällt ja die ganze Auslegung in sich zusammen. Und der Roger Liby erwartet jetzt noch, Lothar Gassmann und so weiter erwarten jetzt, dass ein Antichrist aus Europa kommt, aus dem römischen Reich, aus dem wiedererstehenden römischen Reich. Ich glaube, die gucken da in die falsche Richtung. Die müssten sich eigentlich in die Richtung drehen. Also so eine Art von Bekehrung. Ich bekehre mich 360 Grad. Okay, zweimal 180. Aber die gucken in die falsche Richtung. Da kommt ein Tier aus dem Meer, da steht in der Bibel, wenn die Leute das sehen, werden die alle staunen. Wir werden sagen, what? Das sind ja Seleukiden, das sind ja Diadochen. Das haben wir doch schon mal. Wann war denn das? Dann gucken die in den Geschichtsbüchern, 170 vor Christus war das doch schon mal. Wie kommt das denn plötzlich wieder? So was erwarte ich für den Nahen Osten. Anders als das, was wir bisher gehört haben. Weil es weder historisch passt, noch geografisch passt, noch statisch passt, noch prophetisch passt. Es passt überhaupt nirgendwo. Es ist so falsch, dass der Schwabe sagt, grottenfalsch. Da gibt es nichts mehr zu über, ja? Grottenfalsch. Okay. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen. Ja, genau. Das vierte, da sagt man immer, das wäre Rom. Ich glaube nicht, dass das Rom ist. Ich glaube, dass das damals die Seleukiden waren und dass das wiederkommen wird in der Endzeit. Kleiner, schwächer, nur noch Füße aus Eisen und diese sind gemischt mit Rom, mit Ton. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Ein Teil wird von Israel sein und ein Teil und ein Teil wird Syrien. Die beiden kommen zusammen. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben. Wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Damit begnügen wir uns mal. Jetzt machen wir das ein bisschen grafisch, ja? Das ist die gängige Auslegung. So wird es euch gezeigt. Aber wir haben gesehen, Rom folgt nicht auf Griechenland, sondern Diadochen sind hier, ja? Das heißt, wir müssten das hier, diese beiden Beine stehen angeblich für Rom und die Zehn Zehen stehen angeblich für zehn europäische Staaten. Das müssten wir austauschen, ja? Weil die Zahl der Mitgliedstaaten der EU ist 27. Das passt nicht. Manche vermuten dann Auseinanderbrechen der EU, sodass doch noch ein Bund aus zehn Staaten entstehen könnte. Lothar Gassmann zum Beispiel, ja? Andere erwarten zum Beispiel zehn Staatenlöcke, die eine Weltregierung bilden sollen. Dabei werden die EU, OPEC, Contadora-Staaten, zentralafrikanische Staaten, UNO, Mexiko, Panama, Kolumbien, Venezuela genannt und so weiter. Ich sage, Leute, wo habt ihr das alles her? Ja? Ich staune da immer, ja? Das ist ja wie so ein Kaninchen aus dem Hut, ja? Es gibt so was in der Bibel nirgends. Jetzt trägt man wieder die Konkistadorenstaaten und die OPEC trägt man wieder in die Bibel rein, um irgendwie diese 10 Zehen da erklären zu können. Ich finde, das ist nicht aufrichtig. Ja? Und bei dieser Auslegung gibt es noch ein weiteres Problem. Das hier, also Babylon liegt im vorderen Orient, Medo-Persen liegt im vorderen Orient, habe ich schon gesagt, ja? Reich Alexander des Großen geht hier bis an den Indus, bis nach Indien. Hier war seine Hauptstadt hier in Babylon, ja? Das heißt, diese ganzen Weltreiche liegen im vorderen Orient, aber das Römische Reich liegt in Europa, im ganz anderen Kontinent. Das heißt also, es passt nicht untereinander, ja? Wir würden, dieses Weltreich, das Römische Reich müsste auch hier irgendwo zu liegen kommen. Ja? In dieser Auslegung, die wir normalerweise machen, schieben wir die Beine des Standbildes nach Rom, dann fällt das Standbild um. Wir müssen die zurückschieben, ja? Wir schieben hier gleichsam die beiden eisernen Beine des Standbildes wieder unter den Thorsen und dann steht unser Standbild. Das muss Voraussetzung sein. Zweite Problem, das Römische Reich wird im ganzen Buch da nicht ein einziges Mal erwähnt. Wir brauchen hierfür neue Bedeutungen und die Abfolge der Weltreiche war so, dass das war Babylon, das Babylonische Weltreich, nicht so sehr groß, ne? Das war Medopersien, das war Alexander der Große und das waren die Diadochen. Und so war die Abfolge der Weltreiche. Auf Alexander den Großen haben diese vier Generäle das Reich auseinandergerissen und diese beiden, Seleukos und Ptolemaeus, waren die beiden wichtigsten. Und diese beiden erwarte ich wieder in der Endzeit, aber kleiner und schwächer. Keine kräftigen Schenkel mehr, sondern nur Füße. Die werden wieder kommen. Haben wir die heute? Ja, die haben wir. Ja, so alt wie Israel. Ja, das und von den beiden spricht zum Beispiel auch Daniel Kapitel 11. Wenn in Daniel das Römische Reich gemeint wäre mit den 10 Zehen, dann müsste in Daniel 11 müssten römische Cäsaren aufgezählt sein. Die ganze Dynastie der Cäsaren. Tiberius und Vespasian und Caligula und ja, die müssten alle, sind sie aber nicht. In Daniel 11 werden Seleukidenkönige und Ptolemäerkönige aufgezählt. Warum? Weil das wieder kommt in der Endzeit. Und der letzte König, der letzte Seleukidenkönig war Antiochus Epiphanes und dann hört die Bibel mit Antiochus auf und springt in die Endzeit und Antiochus Epiphanes wird gezeichnet, als ob der nochmal wieder in der Endzeit kommen würde. Und wenn Jesus von der Endzeit spricht, dann verweist er zurück auf Daniel, haben wir heute kurz gesprochen darüber. Weil er sagt, der war schon mal in der Konflikte. Welche Staaten werden überhaupt in Daniel erwähnt? Also namentlich wird Babylon, Medien, Persien, der König von Griechenland erwähnt, namentlich. Und inhaltlich werden erwähnt die Diadochen, speziell die Seleukiden und die Ptolemäer. Nicht namentlich, aber in aller epischer Breite in Daniel 11. Die ganze Dynastie ist so exakt, dass man gesagt hat, das kann Daniel im Jahr 500 vor Christus nicht geschrieben haben, weil es ja erst 170, 168 in Erfüllung gegangen ist, die letzten Könige. Da liegen nachweislich 400 Jahre zwischen. Und selbst wenn man kein Christ ist, wenn man nur an alten Schriften erinnert, interessiert wäre oder die liest, dann muss man sagen, das ist Bibel und das ist echte Prophetie. Das kann man historisch sehen, das hat Daniel geschrieben und weil die kritischen, die bibelkritischen Theologen, die sagen, wenn das stimmt, gibt es Prophetie und wenn es Prophetie gibt, dann gibt es auch Gott. Aber weil es Gott nicht gibt, in unserer Vorstellung darf es doch keine Prophetie geben, also sagen wir, der Daniel, der ist nach und nach aufgeschrieben worden. Self-fulfilling Prophecy, immer im Nachgang ist das Buch Daniel ergänzt worden, bis es dann so war, wie wir es heute haben. Ja gut, sage ich, dann müssten aber in einer Nacht in allen Synagogen im Mittelmeerraum die Rollen aus dem Schrank geholt werden und aufgeschnitten werden, dann müssten da Textteile eingefügt werden, das sieht man ja nachher. Das ist ja theologische Notwehr. Ich meine, dümmer kann man es ja kaum sagen. Es gibt diese Einschübe nicht in den Rollen, man findet die nicht. Das heißt also, Daniel hat das geschrieben und dann gibt es tatsächlich Prophetie und deswegen gibt es auch Gott. Also es ist rein ein wissenschaftlicher Befund, hat jetzt gar nichts mit Glauben direkt zu tun. Wir sollen doch nicht alles glauben, man kann das prüfen, man kann das sehen in den Texten. Außerdem werden dann noch allerdings in untergeordneter Bedeutung noch folgende Reiche erwähnt, Kittim, Edom, Moab, Ammon, Ägypten, Libyen und Kusch. Kusch ist Sudan, der heutige Sudan. Aber kein römisches Reich. Und ich sage, Entschuldigung, Herr Liby, Entschuldigung, Lothar, Lothar Geassmann, kennen wir auch gut. Ich sage, wo ist denn da rum? Ja, genau. Warme Luft. Und ich finde das schade, weil es ist ja, da wird ja für Vertrauen geworben von der Bibel, aber man kann das nicht erklären. Was man da deutet. Okay, also die werden erwähnt. In der Weltgeschichte sah es so aus, das war Alexander der Große, statt Griechenland schreiben wir dann hier auch rein, nicht Griechenland, sondern Alexander, um genau zu sein. Und die Weltgeschichte laut Daniel war so, dass Rom und Europa nirgends erwähnt werden in Daniel, sondern die Diadochen, nämlich die Seleukiten und die Ptolemäer. Das heißt, wir ändern auch hier das Standbild ab. nehmen Rom da raus und schreiben da die Diadochen hin. Vier Diadochen, seine Schenkel aus Eisen, das sind die Nachfolger von Alexander. Und hier unten, hier Europa, das wird spannend, das schauen wir uns gleich mal an. Aber hier haben wir jetzt die Beine unterm Standbild stehen. Geografisch, politisch, biblisch, linguistisch, prophetisch, was will man denn noch haben. Das steht. Und das steht fest. Und sorry, ich bin ja ein Architekt, wir mögen Fundamente. Am liebsten auf Fels. Das muss ja was halten. Ich kann ja mit sowas nicht einfach loslaufen. Da sagen ja alle, der hat eh keine Ahnung und dann komme ich ja mit einem blauen Auge zurück. Das will ja niemand. Ich muss das halt so auf den festen Grund stellen, ich muss das beweisen, ich muss das zeigen. Aber das steht. Okay, also das wäre zumindest mal, man hätte jetzt mal, dass die Beine unterm Rumpf stehen, aber wenn die Beine nicht rum sind, dann können die 10 Seen auch nicht Europa sein, oder? Machen wir denn jetzt mit den 10 Seen. Also ich hätte folgenden Wunsch. Ich würde mir wünschen, die 10 Seen wären auch im vorderen Orient, weil das dann passt. Ich würde mir wünschen, dass die 10 Seen sich nicht mehr ändern, wie wir 27 EU-Staaten haben. Ich würde mir wünschen, dass die in der Bibel erwähnt sind, weil Bibel mit Bibel ausgelegt wird. Und ich würde mir wünschen, dass diese 10 Seen irgendwie mit den Seleukiten oder dem Ptolemäern oder irgendwie zu tun haben, weil die 10 hängen ja an den Beinen, ja, an dem Schendel dran. Das ist ja ein Ablauf. Also diese Sachen würde ich mir wünschen. Gibt es eine 10er Struktur, die mit den Seleukiten oder dem Ptolemäern in Verbindung steht? Eine, die in der Bibel zu finden ist und da gibt es erstaunlicherweise sowas hier und das ist die Dekapolis. Das Gebiet der 10 Städte. Das findet man in der Bibel. Und die Dekapolis war ein Zusammenschluss von 10 Städten. Manchmal war sogar Damaskus dabei bei der Dekapolis. Ja? Ein kleines Horn zwischen 10 anderen Hörnern. Was sind die 10 Zehen? Und diese Städte hier, die haben in der Antike, haben die eine Art NATO gebildet. Zwischendrin war Räuberland, aber die 10 Städte haben gesagt, wenn eine von euch angegriffen wird, dann kommen alle anderen neun dir zu Hilfe. Und dieses Gebiet der Dekapolis galt bei den Juden als die finsterste Gegend überhaupt. Hier Gadara oder Gerasa, da war der Gerasener, der besessen war, der nachts mit den Ketten gerüttelt hat, ja? Und wo Jesus dann kommt und den heilt. Das ist hier, oder wo die Schweine dann von den Klippen runtergestürzt werden. Also das war eine finstere Gegend für Juden. Da gab es Besessenheit, da gab es Schweinezucht, da gab es Römer, da gab es Heiden. Boah, da geht niemand hin, ja? Das war das Gebiet der Dekapolis. Und diese Dekapolis-Städte, da hat man immer geglaubt, dass die, also das habe ich hier kurz geschrieben, da mit den Schweinezucht und Dämonen, ja? Dass da keiner gerne hin wollte. Aber Jesus hat das Gebiet der Zehnstädte besucht und dort unter anderem den Gadarena von Dämonen befreit, weil Jesus bringt Licht, ja? Das ist in der Bibel beschrieben. Und diese Dekapolis-Städte, die werden dreimal erwähnt, Matthäus 4, 25, und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und der Dekapolis und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Hier nochmal Markus 5, Dekapolis, Markus 7, 31. Dreimal Dekapolis. Ja gut, aber hat die Dekapolis denn irgendwas mit den Diadochen zu tun? Das war bis in die 80er Jahre strittig. Man hat immer geglaubt, die Diadochen wären von den römischen Kaisern, Entschuldigung, die Dekapolis wäre von römischen Kaisern gegründet worden. Und dann gab es einen Professor Dr. Wenning an der Uni in Münster, den habe ich auch angeschrieben, das ist die Koryphäe für die Dekapolis weltweit. Das ist der Fachmann für die Dekapolis. Und den habe ich angeschrieben und habe gesagt, Herr Professor Wenning, könnte es sein, dass die Dekapolis mit den Diadochen, speziell mit den Sileokinen und den Ptolemäern zu tun hat? Schreibt der Professor Wenning mir zurück, ja, Herr Klein, das ist ja Basiswissen. Und ich sage, Anja, nächsten Morgen, Frühstückstisch, Anja, der Professor Wenning hat mir geantwortet. Da habe ich gesagt, wenn der schon mal antwortet, frage ich nochmal nach, macht Zacharja ja auch, da war ja noch was. Also ich sage, Herr Wenning, ich arbeite da gerade am Daniel, können Sie mir da helfen, können wir da eine Karte malen? Können Sie mir sagen, wer waren denn die Dekapolis-Städte? Dann sind wir nach Linz, also elektronisch per Mail und in Linz gibt es von der katholischen Fakultät für Bibelforschung haben sie ein kartografisches Institut und die Karte, die ich euch hier zeige, habe ich mit der Koryphäe der Dekapolis weltweit machen dürfen, ja? Also es ist richtig was wert hier auch, ja? Es ist richtig Wissenschaft, theologische Wissenschaft, ja? Das heißt also, der hat mir da geholfen, ich habe gesagt, ich habe ein Video dazu gemacht, können Sie sich das mal anschauen? Dann hat er sich das Video angeguckt. Das bin ich von meinen evangelikalen Freunden nicht gewohnt, der ist Katholik und ein Professor immerhin, ja? Und der hat sich das Video angeschaut und dann hat er zurückgeschrieben, Herr Klein, die Wissenschaft kommt nur voran, wenn man seine Thesen mutig vertritt. Das ist doch mal schön. Habe ich mir fast gerahmt, ja? Toll, ja? Und der hatte ja gar nichts mit zu tun, der sagt, machen Sie mal drüber weiter so, ja? Dann habe ich dem auch ein Buch geschickt und der sagt, vielen Dank, stelle ich in meine Bibliothek da irgendwo, sage ich, gut, da steht es auch gut, ja? Aber nett, ja? kollegial, nicht so verkrampft, sind ja Beine, vielleicht ist er nach Italien gelaufen, ja? Das ist ein anderes Niveau. Und das fand ich natürlich toll. Dieser Professor Wenning, der hat den in den 80er Jahren tiefer gegraben und dann hat er festgestellt, die Dekapulistädte, die sind nicht römisch, die sind alle sehr leukidisch. Oho. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich hier, wir haben hier zehn Städte, die werden in der Bibel genannt, die ändern sich nicht mehr von der Zahl, die haben zu tun mit der Dekapulist und die liegen auch noch in dem Gebiet, wir sind jetzt im vorderen Orient, dann wäre unser Standbild ja vom Kopf bis zu den Zehen komplett, ja? Und mit Bibeltext. Aber wir haben gar kein römisches Reich mehr. Und das ist ein Problem jetzt. Das kann man halt so und so sehen. Ja? Ich finde nicht. Aber das hat mich also monatelang, fand ich das unglaublich spannend, ja? Also diese Städte hier, die sind durch Alexander den Großen und unter seinen selokidischen Nachfolgern nach griechischem Vorbild gegründet und umgeprägt worden. Ja, das haben wir doch genau gesucht. Alexander, Diadochen, zehn. Und das haben wir plötzlich hier. Und wir schauen nicht nach Italien. Wir schauen nicht nach Italien, ja? Wir bleiben im vorderen Orient, da wo Babylon war. Das steht alles plötzlich untereinander. Und das finde ich schon was Wichtiges. Das kann man auch sehen hier an der Karte. Also hier lag ungefähr die Dekapolis. Das war die Zeit Jesu. Zur Zeit Jesu gab es diese Dekapolis so im ersten Jahrhundert nach Christus. Die hat sich dann nachher verloren im Lauf der Geschichte. Ja? Nur im ersten Jahrhundert nach Christus hat die existiert. Die ist dann irgendwann aufgegangen, verliert sich dann im Nebel der Geschichte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas in der Endzeit wiederkommt. Dass wieder so eine Dekapolis entsteht und zwar im Ostjordanland. Warum denn? Weil wir ja jetzt noch ein Westjordanland haben. Hat eben jemand nachgefragt. Könnte es sein, dass die Palästinenser vom Westjordanland ins Ostjordanland verlegt werden? Das ist nur eine Vermutung. Haben die Palästinenser schon mal geschafft, ein funktionierendes Staatsgebilde zu gründen? Aber noch nie. Was würden die denn machen, wenn die von der Westbank in die Ostbank umgesiedelt würden? Da würde sich jeder so eine Ortschaft schnappen. Ich frotzle immer ein bisschen. Der kauft sich dann einen weißen Toyota mit Sandsäcken drauf und diesem Maschinengewehr vom ZDF. Das ZDF hat ja so ein Toyota, stellen die überall hin, wo die filmen. Und dann stellen die sich mit dem Toyota vor die Stadt. Jeder ist so ein Landlord, paar Sandsäcke vor die Stadt und sagt, ich bin hier der Chef. mitten zwischen den Städten ist nur Räuberland, unkontrolliert, weißt du nie, ob du lebendig in die nächste Stadt kommst. Und in der nächsten Stadt ist der nächste Landlord und der nächste und dann hätte man plötzlich wieder eine Dekapolis. Das ist eine Vermutung. Aber die Dekapolis lag hier im Ostjordanland und ich könnte mir vorstellen, dass das wiederkommt. Dass das alles wiederkommt, weil das mit dem Standbild so ist, ja. Das heißt, diese Zehen würden hier die Dekapolis bedeuten. Und dann könnten wir Europa löschen und nehmen die Dekapolis da rein. Und jetzt bleiben noch die Füße. Was machen wir mit denen? Da würde ich sagen, das ist ein Neo-Selokiden oder ein Neo-Ptolemäerreich. Oder man könnte auch auf Neudeutsch sagen, ein endzeitliches Syrien und ein endzeitliches Ägypten. Wie alt ist denn Ägypten? Naja, ein Jahr jünger als Israel in seiner heutigen Form. Ägypten ist Jahrtausende alt. Aber in seiner heutigen Form sind die von den Engländern in der Nachkriegszeit alle gegründet worden. Das heißt, wir haben praktisch vor 75 Jahren nicht nur die Gründung Israels, sondern wir haben die Gründung der beiden Füße und der Strukturen hier. Was fehlt denn jetzt noch? Naja, dass Israel zerbricht. Warum? Weil dann der Tempel entsteht. Was fehlt noch? Die Wiedergeburt Jerusalems, weil dann der Tempel fertig wäre. Und dann kommt der Antichrist aus Syrien. Versteht ihr? Das ist vielleicht jetzt ein bisschen viel und alles an einem Tag um Himmels Willen. Aber ich erzähle immer eine alte Geschichte und zwar immer von anderen Perspektiven. Mal von hier, mal von da, mal von unten, mal von oben. Und ich zeige immer die gleiche Sache von verschiedenen Perspektiven und das macht Daniel auch. Daniel 7 und 8 redet von einem kleinen Horn. Mal aus der Perspektive, mal aus der Perspektive. Und das mache ich auch in meinen Videos und meinen Büchern. Und ich beweise, dass Rom in Daniel nicht gemeint ist, weil das Stand sonst auseinanderfällt. Okay, also dann kommen wir zum Schluss. Ich würde also vorschlagen oder sagen, das hier, Babylon, Medopersen, Alexander der Große und auch die Diadochen, das ist Vergangenheit, das ist schon gewesen. Und in der Endzeit gibt es eine Wiederholung, weil Gott sucht wieder auf, was vergangen ist. Auch den Antiochus, der kommt wieder. Und dann wird es wieder Strukturen geben in der Endzeit, so wie sie in der Vergangenheit gewesen sind. Mit einer Dekapolis, mit 10-10. Das Standbild würde sich nicht mehr ändern, egal wie viele Staaten von Europa dazukommen oder wegkommen. Das ist Bibel. Damit wären wir, ich sage mal hier an einem Schluss, den ich mal hier so Schlussstrich machen wollte. Zur Zeit dieser Könige, wenn diese Könige kommen, in der Endzeit, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Jesus kommt. Das ist sein Königreich. Das hat ja Aufschub erlitten, als er beim ersten Mal kam. Sie haben ihn ja gekreuzigt. Dann kommt es. Das wird nimmermehr zerstört werden und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja, du Nebukadnezar, sagt der Daniel hier an dem Nebukadnezar, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunter kam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold, auch die Schneebukadnezar, auch das Babylon, zermalmen wird. So hat der große Gott dem König kundgetan, was der einst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Bums. 16 Jahre alt. So ist es. Und da gibt es nichts hin und her, da gibt es keine Interpretation, da gibt es kein komplementäres Bibellesen. Das ist der Traum, der ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Das finde ich toll. Das auf den Punkt. Das ist Urmacherarbeit. Und dann hier noch der Ton, da haben wir schon von gesprochen. Ton mit Eisen vermischt war eben die Frage. Also wenn das Seleukiden sind, speziell ein endzeitlicher Antichrist, ein endzeitlicher Antiochus kommt, dann erwarte ich den aus einem Seleukidenreich, aus Syrien, aus Damaskus. Damaskus war mal eine Zeit lang im Bund mit den Dekapolis-Städten. Ein kleines waren zwischen zehn anderen Hörnern. Das sind so Verbindungen, aber das führt vielleicht jetzt zuweilen. Ja? Ja, das ist eine gute Frage. Also Daniel hat bei dem Standbild hier, also der Ziegenbock steht auch wörtlich da in Daniel 7, der Ziegenbock ist der König von Griechenland. Und das große Horn auf seinem Kopf zwischen seinen Augen ist der erste König, Alexander der Große. Das heißt, Daniel 7 geht jetzt weiter. Daniel 2, Standbild, erwähnt nur Babylon mit dem Haupt. Daniel 7 erwähnt jetzt aber einen Witter Medo-Persien und einen Ziegenbock. Das heißt, ach so, hier kommt jetzt Medo-Persien und der König von Griechenland ins Spiel. Und das ist das, wo eine fortschreitende Offenbarung in Daniel ist, wo das immer weitergeht. Das kann man so Stück für Stück zusammenbauen. Und das geht so weit, bis irgendwann in Daniel 11 die Seleukiden und Ptolemäer aufgezählt werden, die ganzen Dynastien, bis zu Antiochus. Das geht aber nicht, wenn hier Rom ist. Das geht nur, wenn da die Erdochen sind. Das geht nur. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.